Ich lege dir noch die Hand auf die Schulter und nicke dir lächelnd zu und danach ziehe ich ab, begib meine eigene Kajüte und fange an mich etwas sanft handwerklich zu betätigen. Ich schaue mir auch die Balestrine an, die ich von voraussichtlich Angra Shminia geschenkt bekommen habe. Geht mir durch den Kopf, dass ich noch nicht die Zeit gefunden habe, ihr dafür zu danken. Aber das werde ich dann auf Kunichom verschieben, wenn ich dementsprechend meine anderen Geste revanchieren kann. Ja, da wird sie sich bestimmt überfreuen. Dann Abelbier, du möchtest irgendwas tun? Ich würde gerne die drei über Bord gegangenen Matrosen unter Deck besuchen. Die haben sich wahrscheinlich zurückgezogen in ihre Hängermatte. Und ja, mit ihnen spreche ich nochmal. Willst du nicht irgendwann mal pennen? Ich habe kein Zeit für Schlaf. Sag dir jemand das auch. Ja, ich würde wieder runter gehen und mir zeigen lassen, wo die Matrosen schlafen. Ähh, Sack-Filicker-K對啊 gibt-Kæclicker-K a-K a-K推hen. Wir beiden, was können wir für euch tun? Fühlt euch gut? Habt ihr die Havarie gut überstanden? kalt ja man muss sich um euch kümmern er schafft ja kommt er bringt ihm einen grog ja ja okay und geht es euch ganz gut wir haben überlebt das ist gut ich war ja wir sind hier klingt nicht besonders dankbar doch doch und wir bedanken uns gut erholt euch gut wir brauchen euch das ist sie doch oder ihr seid ein wertvoller bestandteil der besatzung darf ich darf ich etwas fragen natürlich fragt freihaus wir haben gerüchte gehört dass wir gerüchte dass wir dass wir in kundium das schiff verlassen müssen nun minister schriftlich verlassen ist durch frei zu bleiben wollt ihr dann bleiben wir wollen wir wollen unseren mannschaftssprecher wieder haben diesmal waren wir wir haben ihn nicht gesehen ist der tod jeder ich weiß ich habe erlebt er tut ich weiß nicht weiß es nicht die realität was ist deine antwort hier absolut keine anwendung finden er wird kreidebleich im gesicht und dass das wird schwer ich denke ihr wählt einen passen satz wenn ihr euch bewerben nein 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 er ist eingetreten für uns und dafür wurde er getötet und nein er wurde nicht getötet dann wollen wir wiedersehen naja ich weiß sie ist er ist im lazarett fürchte ich glaube ich weiß nicht wo er ist aber ihr seid der kapitän naja ich kann mich nicht um jede belanglosigkeit kümmern aber ich kann hier steht doch jetzt bei uns wir sind doch belanglos nein ihr seid nicht belanglos ihr seid fester teil der mannschaft und wenn ihr nicht wert könnt wir unsere aufgaben nicht erlebt verstehst du das aber er war unser mannschaftssprecher naja es gibt auch andere leute die fähig sind für die mannschaft einzutreten nicht wahr wir haben ihn alle geliebt und respektiert und er war er war willens dort dort euch zu widersprechen wo ihr im unrecht war und dafür wurde er bestraft nun ja ihr versteht schon ein schiff muss eiserne disziplin waren wenn jeder tut was er will dann kann man ein schiff nicht führen das versteht ihr doch oder ihr wart im unrecht das mag sein aber ich bin der kapitän ich gebe die fehler und die fehler müssen ausgeführt werden das versteht ihr oder und deswegen foltert ihr uns nein deswegen foltern wir euch nicht der 1u hat vielleicht ein wenig übertrieben aber nun ja manche sachen passieren halt wir mögen piraten sein und leute überfallen und waren abnehmen aber deswegen sehen wir doch keine monster mit dem wir haben eine seele natürlich hat in der seele wir haben vf hat geschworen ihr auch nun ja sicherlich aber nun ja die seele ist rau und manche sachen passieren und man kann sich nicht wehren das müsst ihr verstehen oder aber es war doch nicht die seele ihn gefoltert hat die ihn erträgte die die ihn vom bord schmissen wie mich es war doch euer befehl der ihn foltert ließ und es war nicht direkt mal viel ist war die handlung meines 1u aber ihr müsst euch doch verantworten für die dinge die euren so tut natürlich aber vor wem soll ich mich waren von vor euch vor den göttern nun das kläre ich mit den göttern wenn es soweit ist aber nun müssen wir handeln als mannschaft als einige mannschaft das versteht ihre lasst mich allein ich hoffe ich werde es irgendwann irgendwann ist verstehen die pflichten eines kapitel sind schwerwiegend und nun ja manchmal ich werde den ich werde ich werde der fertig von euch berichten das ist bedauerlich es wird von euch erfahren nun ich hoffe es geht euch momentan gut das war vielleicht nicht ganz das was du von ihm hören wollte ist warum hast du ihn nicht gleich einfach gegessen du könntest ihm jetzt noch die kehle durch schneiden dann würde er es nicht erzählen aber mir ist doch er der gift typ soll ich vielleicht so richtig vor mir der schwarz magier in der prächtigen rube kommt das einfach ein volk besuchen und versteht einfach so an wir müssen die opfer bringen das war eine sehr viel zähne und selbst zu denen wäre das noch zu fies gewesen auch mit der gleichmut mit der arbeit gesprach aber gut aber mir kann wieder zurück an seine kajüte gehen einige von euch werden sterben aber das ist ein risiko dass ich bereit bin ich habe doch gesagt ich halte ihn für kompetent apropos brutaler missack mit jalan wäre das nicht passiert jalan hätte dich jetzt schon in den sackhaaren aus dem fenster gehangen raffi möchtest du was tun ähm und zwar möchte ich tatsächlich ähm meine zeit mit beten verbringen und ich möchte herausfinden ob ich dem demut schon irgendwas gegeben habe weil so ganz traue ich dieser ganzen schose die haben wir für umsonst zurückgekriegt äh der ganzen schose traue ich nicht also möchte ich ja im prinzip meine eigene seele erforschen ob dabei was rumkommt ist was anderes aber das was ich tun möchte ja und dafür doch gerne mal liturgie kenntnis siehst du deswegen habe ich denn der man einfach nur nach seiner nummer gefragt elf punkte was sagt mir denn meine göttliche mein göttliches gefühl auf gut deutsch also du bist der meinung dass deine seele durch den gang in die dina nicht befleckt wurde ähm die seele von euch allen wurde wohl nicht befleckt zumindest äh spürst du keinen negativen allzu negativen präsenzen auf dem schiff ähm es gibt zwar dinge die dich hier zu stören scheinen aber da ist nichts neues dazu gekommen ähm wenn du deine augen schließt und so ein paar auren auren liest die so irgendwo auf dem schiff vermutet werden ähm aber du hörst ein wummern ein neues wummern was dazu gekommen ist was sich nach nordosten nach nordosten zieht es ist ähnlich wie ein herzschlag aber dumpfer und gewaltiger ja das verbuche ich mal unter das ist vermutlich nicht gut und ich ja es ist nicht unbedingt nein es ist kein kein beunruhigendes gefühl es ist es klingt wie eine herausforderung nachdem ich das gefühl zugeordnet habe würde ich aufstehen und mir mal kapok schnappen kapok komm her ja man ja man haben wir karten ja morgen ja im karten man wunderbar kannst du mir sagen wo wir gerade sind auf der karte er deutet auf die karte und zeigt auf einen punkt der etwas weiter im westen von gilas khan liegt ja mann hier kannst du das talus massiv erkennen mann da ist talus am mann und da ist keine münde und da ist gilas khan und etlas khan mann da waren wir schon mann aber das auf der anderen seite von sturm mann deswegen kannst du es nicht sehen hier ist merlenmeer und da drüben ist gold von todsack mann schade im nordosten von uns sind viele dinge richtig im nordosten nur mass kam man was nicht das gefühl dass es immer das kann es ist hinter maras khan noch irgendwas irgendwelche inseln die ich nicht kenne nein mann also nach maras khan kommt gold von pericum mann und dann bei lunker berge und will so und all diese dinge mann aber sonst dann nur noch island mann da keine inseln keine bekannten mann aber du bist gold wert guter mann du bist ein gold wert du kannst immer zu mir kommen ich freue mich wenn ich helfen kann dass einer für eine angenehme persönlichkeit findest du den 1 so eigentlich auch so scheiße oder ist das nur die mannschaft dazu will ich nicht sagen mann ach komm er hat eine er hat eine waffe mann wie all die anderen er habe ich habe auch eine ja du bist krieger von ehre erst mehr so schießen aus hinterhalt wie wie die sklavenfänger mann ja das beschreibt ihn ganz gut ja aber was suchst du denn wie kann ich dir helfen ja das weiß ich auch noch nicht sag bescheid melde dich einfach wieder wenn du ein gefühl hast man ich kann dir helfen aber was auch immer da kommt das wird gefährlich um mich vielleicht umbringen auch wie schön was worauf man sich freuen kann ja du hast ein sehr gutes gefühl bei dieser herausforderung sie wird blutig sie würde dich vielleicht auch dein leben kosten aber das wird es wert sein gutes blut dann möchte ich mich nur noch an die religen stellen und sehnsüchtig richtung nordosten schauen gut irgendjemand anderes hat noch jemand serpentilio du willst schlafen ich generiere jetzt ob du willst oder nicht sechs stunden später einen weiteren w20 bitte die zeit vergeht ihr segelt auf dem mittlerweile golf von tuzak ihr könnt auf der linken seite von euch mittlerweile schon den stierbuckel erkennen den hat euch auch euer navigator schon eingezeigt das große die großen fruchtbaren ebenen von aval kim und auf der linken auf der rechten seite wie immer der gewaltige sturm von maraskhan der wohl noch furchtbarer und grausamer geworden ist die 16 hast du gewürfelt alles klar ja wie gesagt die zeit ist vergangen und ich glaube zudem ihn wollte noch irgendwas klären mit serpentilio reden der wacht gerade wieder auf ja gut dann kann es vielleicht sogar sein dass zudem ihn weckt die geht runter und klopft mal an seiner kabine ich bin wach ich bin wach ich bin wach ich bin wach ich habe nur ganz kurz die augen ausgeruht wer ist denn tut ein und schließt die tür hinter sich die halle bezauberndste zulamin für euch doch immer verzeiht dass ich euch geweckt habe ich dachte ihr wärt inzwischen wieder auf den beinen und jetzt bin ich es aber dann geht hat er lebt dennoch er in diesem punkt ist vermutlich egal wer aber ich meine den 1 so erlebt noch ich meine tags hätte sich um ihn gekümmert zudem ihn setzt sich neben dich dazu ich hätte euch länger schlafen lassen aber morgen werden wir kundschirm erreichen und das bedeutet wir haben nicht mehr viel zeit aber mir will kann ich die jahre gehen lassen ich weiß ihr wart immer ein für sprecher von kanizitianer aber gewissheit ja auch an der wahrheit interessiert oder ich bin zumindest am geheimnis der sache interessiert wenn ihr so wollt ich denke wir haben diese sache falsch angepackt wir haben zu viel an kanizitianer herumgedoktert wir haben seine seele erforscht aber selbst das hat nichts tage gefördert ich denke wir sollten noch einmal einen schritt zurücktreten und sehen ob wir nicht den mordfall aufklären können bzw den diebstahl dieser wie sehr noch reich ist umgekommen nicht wahr ja wir nahmen ihn als schiffbrüchigen an an bord deswegen war er die einzige person an bord die nicht vereidigt war was es ihm ermöglicht hat zumindest meine vermutung meine tagebücher zu stehlen das und den schmuck den ich inzwischen wieder habe aber nun ja die tagebücher lassen mich mehr als alles andere an kanizitianer denken und die sind immer noch nicht wieder aufgetaucht und jeder hat schon überall gesucht und wir haben gesucht dabei sind die briefe von dem jona zu tage getreten zunächst dachte ich es ginge um diese briefe denn sie sind ohne frage wichtig aber nun abgesehen von dieser offensichtlich falschen fährte die auf mazeska paligan hinweisen sollte haben wir nichts gefunden nein ach ja ich weiß nicht ob man das ob ich es euch schon gesagt habe aber an der leiche fanden wir spuren von dämonischen einfluss aber wir hatten das erwähnt aber es ist so viel passiert seitdem ich ein oder zwei vermutungen ihr wollt also dass ich euch helfe eure tagebücher darauf zu finden ja sagen wir es so ich bediene mich gerade ein wenig eures überlegenen intellekts ist wie man mich zum helfen bekommt nun ich dachte ihr hättet vielleicht eine idee dann aber mir hat offensichtlich kapituliert mit ein wenig hellsicht könnte ich euch heute noch sagen ob sich meine tagebücher an bord befinden sollten sie sich nicht in bord befinden hätte ich auch eine idee wo sie sein könnten aber das wird niemandem gefallen die schiffsglocke klingt was ist denn nun schon wieder du darfst mal auf das ist nicht für hart würfeln ich du ja ja schauen wir mal ob ich das deuten kann aha seefahrt ich habe dieses talent macht aber deuten ist doch deuten der zeichen wollte ich gerade sagen es ist doch offen sich die glocke hat dreimal geschlagen betont geht um wie recht du damit hast ja es ist es eine seefahrtsglocke du weißt nicht genau was sie zu bedeuten hat aber scheint erstmal die mannschaft nicht zu beunruhigen es ist aber auch nicht die wachwechsel glocke dafür ist es nicht unbedingt zu spät ist auch nicht das glasen das war erst vor kurzem einfach eine seefahrtsglocke muss es mal die anderen fragen wenn ich mein zeitgefühl nicht trügt dann war das nicht die normale glocke es wird sich schon jemand darum kümmern oder diamant das kennt sich mit so etwas aus wenn ihr danach sehen wollt ihr müsst mir eure notizen schreiben ja sicher die bücher waren sich alle recht ähnlich im stil ihr wisst schon ledergebunden rötlich eine rohgosen prägung wie genau war die bindung immerhin mir sagen könntest du besser fadenbindung also festgebunden nicht einfach nur ein heftchen aktuell schraube ich meine tagebücher auf briefpapier das war gutes papier kürzen wir es an dieser stelle vielleicht mal ab und zu dem beschreibt mir sehr genau wie diese dinge aussagen der welt steht diamantes gemeinsam mit rafim an deck ihr seid angetreten als die glocke erklang und ihr könnt sehen wie vor euch eine gewaltige nebelfront auftaucht in die hereinfahrt stück um stück nähert ihr euch ist das natürlicher nebel oder gibt's wetter das momentan nicht her wetter vorhersage okay bin ich auch an wenn du möchtest ja aber durch die glocke ist auf alle fälle diamantes nach oben getreten ja alles klar dann würde ich auch gerne wetter vorhersage würfeln weil mich in der mann die glocke hat nämlich selten wird auf jeden fall kommen korrekt 20 19 patzer genau das tollpatsch echt nein nein den stein des anstoßes ich sollte übrigens noch für die teil für die herrschaft an den geräten zuhause erwähnen da ich den zahlen der zeit habe generiere ich doppelt so schnell weil die zeit für mich doppelt so schnell vergeht wenn sich jemand wundert warum ich alle 20 jahre eingeballert habe wenn zulamin die die tagebücher beschreibt stockt sie plötzlich sagt mal war euer haar schon immer so weiß also zu lamin ich ist immer hatten wir den kontinuierend versagen erst ich weiß es ist nicht sehr charmant aber es es hat mich gerade beunruhigt ich könnte schwören dass es gestern noch silbergrau war sie fährt über dein haar das irgendwie schlo weiß geworden ist das vielleicht liegt es daran dass wir durch die niederhöllen gegangen sind vermutlich vielleicht muss ich bin ich nachhelfen ich schlage vor dass ihr jetzt nicht allzu viele gedanken darauf verschwendet das reicht wenn einer von uns um sich so oft ja während ich am deck stehe aber wir haben da sind geister schiffe was steht hier schreie nicht so rum wir sind verflucht geister schiffe also erst mal entspann dich und dann zeigt mal das geister schiff das du siehst ja ich würde in den nebel zeigen seht ihr könnt es wahrscheinlich nicht richtig sehen meine augen sind ich sehe in der dunkelheit besser da kommt eindeutig etwas auf uns zu schaut mach mal eine überreden probe an der rhein gar nichts erkennen volks seht diesen diesen drei master dort oh gott das ist überreden noch ein patzer du sammelst hier es ist ja du 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 rüttelst an rafims gürtel rum und dort versuchst ihn du zeigst drauf du zeigst er muss es sehen das ist auch so aus dem nebel auf das ist ganz genau sie doch sie doch da drei baste und die zerfetzten segel schwarze segel wollte dass du mein deutsch runtergeworfen ihm geht es gerade offensichtlich nicht gut sich zu beruhigen und für ihn untersteck oder in die kajüte die mannschaft soll ihn so nicht sehen wir sind verflucht ja jetzt auch die fresse und du wenn du noch einmal sagt wir sind verflucht da klatsche ich dir eine so wollte ich würde das unter meine arm klemmen wir beide gucken uns jetzt mal meine holzpferde an aber die geister schiff ja 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 die geister schiffe ja die geister schiffe die kommen aber ich habe ganz viele holz werde und so segelt ihr auf den tod zu den worten des narren nicht vertraut direkt in euer verderben kennengeler felscher ch Vielen Dank.